Ich gratuliere. Wie es aussieht, haben Sie Kabatou gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten verbrechen, indem Sie die Satellitenschüsseln zerstören, die die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie. Und danach suchen wir wer. Du, Freddy, du bist ja völlig irre. Hast du das gehört? Wer ist denn? Ich bin eigenhändig fertig. Ja! Ich bin eigenhändig fertig. Ich gratuliere. Wie es aussieht, haben Sie Kabatou gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten verbrechen, indem Sie die Satellitenschüsseln zerstören, die die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie. Und danach suchen wir wer. Bestimmt mal den falschen Köder. Versuch das mal. Eine Granate? Manfredi, du bist ja völlig irre. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Gratuliere. Wie es aussieht, haben Sie Kabatou gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten verbrechen, indem Sie die Satellitenschüsseln zerstören, wie die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie. Und danach suchen wir wer. Was zur Hölle? Manfredi, du bist ja völlig irre. Manfredi, du bist ja völlig irre. Manfredi, du bist ja vazgeminken. Manfredi, du bist ja völlig irre. Manfredi, du bist ja völlig pollinieren. Manfredi, du bist ja völlig irre. Vielen Dank.